Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr vielleicht schon seht, wir jetzt heute nicht mountainbiken, sondern Skifahren. Wir sind um 7 Uhr aufgestanden und mit dem Bus, Zug, Bus nach Braunlage gefahren. Und um halt ein bisschen Zeit zu sparen, ziehen wir uns jetzt quasi in der Gondel die Skischuhe an. Also ein 4-Stunden-Ticket gekauft, jetzt hier drin. Und wie man hier sieht, der gute Henrik ist auch dabei und quält sich jetzt in die Boots. Erstmal Füße brechen. Naja, wir hoffen mal, dass die Zeit reicht, um hier die Schuhe anzuziehen, aber ich glaube, das sollte gehen. Wir sind nicht mehr bei der Mittelstation. Also viel Spaß mit dem Video. Auf geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. War das genug? Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020